Na, seid ihr schon wach? Und damit herzlich willkommen hier zum zweiten Video, wie versprochen, direkt danach, direkt im Anschluss jetzt zu dem gestrigen ersten kleinen Video, wo ich nun ein bisschen die Lage erklärt habe, was eigentlich los ist, was geht eigentlich ab, was war eigentlich in den letzten sechs Monaten los. Und da habe ich ja schon angeteasert, dass noch ein kleines Paket auf mich wartet, was gerne ausgepackt werden möchte, damit ich es euch ein wenig vorstellen kann. Und zwar, der eine oder andere kennt es vielleicht schon von dem einen oder anderen, entweder per Video oder per Bild bei Instagram. Und zwar geht es um diese schöne Box hier. Und zwar um die Freebie Box. Und wer diesen Namen jetzt hört, der denkt sich, ah, da habe ich schon mal was gehört, da habe ich schon mal das eine oder andere Video zu gesehen oder den einen oder anderen Beitrag zu gelesen. Und ja, auch ich möchte euch dieses Ding einmal vorstellen. Viele kennen das ja auch von den ganz vielen Videos auf YouTube, von den ganzen Mystery Boxen. Und das Ganze lässt sich nämlich mit der Freebie Box ein bisschen kombinieren. Und deswegen möchte ich euch dazu ein bisschen was erzählen und die mal gemeinsam mit euch auspacken. Denn selbst ich habe noch nicht reingeguckt und ich weiß nicht, was uns da drin erwartet. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze jetzt gemeinsam an. Ich habe die mit mir schon mal ein bisschen aufgemacht, damit wir uns das Ganze jetzt hier sparen, das Ganze hier aufzureißen hier und da. Deswegen, die Box ist schon auf. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt nur noch reingucken. So, dann würde ich sagen, habe ich euch perfekt präpariert, dass ihr auch ein bisschen mehr sehen könnt, damit ich hier auch entspannter sitzen kann. Ich habe euch jetzt einfach auf meine Alexa draufgestellt plus auf deren Akku. Jetzt steht der relativ hoch, das heißt, ich kann eigentlich relativ entspannt gerade sitzen. Und wir können uns jetzt dieser Box zu widmen. Wenn ich hoffe, hier fällt er nicht runter. Es ist ein bisschen gefährlich irgendwie. Wie nämlich schon bereits gesagt, habe ich den ganzen Spaß von mir schon mal aufgemacht, damit wir uns das Ganze jetzt hier sparen. Und wir werden jetzt einfach nach und nach die Sachen dort rausholen, die sich da dort drin befinden. Denn wie gesagt, ich weiß selber nicht, was da drin alles sein kann, vorkommt. Und deswegen hole ich euch jetzt hier nach und nach mal die Sachen raus, die sich hier einfach in dieser Box verstecken. Kurzes Ganze nochmal erklärt, die Freebie-Box beschäftigt sich halt damit, dort drin Produkte zu verschenken quasi an Leute für einen ganz kleinen Preis. Obwohl die Produkte einen viel größeren Preis haben würden, wenn man sie alle einzeln kaufen würde. Das heißt, ihr bekommt hier hochwertige Produkte für einen kleinen Preis. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir werden jetzt mal nach und nach da schöne Sachen dort rausholen. Ich habe jetzt hier die erste Sache. Oh, das ist für den Winter richtig, richtig geil und richtig angenehm. Das sind einfach Kopfhörer mit diesen, wie nennt man das, Flauschi, Bauschi drumherum. Das heißt, die kann ich mir einfach aufsetzen. Und das wäre perfekter Ohrenschutz für den Winter, wenn einem der kalte Wind um die Ohren pustet. Das ist eigentlich immer praktisch. Also sowas kann man immer gut gebrauchen. Oder einfach Ohrenschützer. Dann passiert sowas nicht. Aber Leuten wie bei mir, die sowieso wahrscheinlich bei solchem kalten Wetter nicht rausgehen, äh, es ist wahrscheinlich eh egal. Nein, aber ist mega praktisch. Das ist aber so die erste Sache, die drin ist. Ich lege es aber jetzt mal so rechts beiseite, damit ich mich einfach alles 10.000 Mal doppelgreif. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten. Und dort hätten wir eine kleine Tasche, die man übrigens hier erstmal aufmachen kann. Einfach mit einem goldenen Reißverschluss. Da machen wir das Ganze doch einmal auf. Und haben eigentlich eine perfekte Tasche für alle möglichen Sachen, die man irgendwie mitnehmen möchte. Irgendwo hin mitnehmen möchte, einkaufen. Also das heißt, man kann auch einfach quasi seinen Einkauf da reintun, wenn man eingekauft hat. Und man denkt sich so, oh Mist, ich habe keine Tasche dabei. Und ich möchte mir keine teure Tasche für, keine Ahnung, 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro bei irgendeinem Supermarkt an der Wahl kaufen. Dann einfach alles hier rein. Perfekt. Kommen wir direkt zur nächsten Sache. Und als nächstes haben wir hier einen Kalender in der Hand für das Jahr 2019. Mega praktisch eigentlich für die, die noch keinen Kalender haben. So wie ich eigentlich. Weil ich bin immer eine Person, die hat irgendwie nie einen Kalender dabei. Das heißt, alles irgendwie online auf dem Handy. Und dann findet man die Hälfte nicht wieder. Deswegen ein typischer Kalender einfach, um ihn aufzuhängen. Kommen wir zur nächsten Sache. Was erwartet uns jetzt hier? Ich meine, das ist so schön verpackt. Kann man das einfach mal so rausschieben? Nein, kann man gerade nicht. Was erwartet uns jetzt in dieser Box? Hier steht einfach Parker drauf. Machen wir das Ganze einfach mal auf. Und das erwarten uns jetzt dort drin. Das sieht mir aus nach einem Kugelschreiber. Es ist ein Kugelschreiber oder es ist ein Füller? Da gucken wir uns mal gemeinsam kurz eben diesen Stift an. Es ist... Es ist tatsächlich ein Füller. Und wenn man sich den so anguckt, so richtig edel noch tatsächlich. Also guckt euch den mal an. Das ist einfach ein Füller, der einfach komplett originell hier gut und groß verpackt ist, damit er ja nicht kaputt geht. Also es ist einfach... Guckt euch das an, der lag hier so drin. Zack, damit er schön geschützt bleibt hier in dieser großen Schachtel. Eigentlich mal in der passiert wirklich nichts. Also in der wird er niemals kaputt gehen. Mega krass eigentlich. Mega witzig. Sogar noch mal eine extra Tintenpatrone mit dazu, falls der einfach mal leer geht. Und ich werde den natürlich auch wieder schön sauber einpacken, damit der uns ja nicht kaputt geht. So, der kommt an die Seite. Und zum nächsten Produkt. Okay, das ist auf jeden Fall auch was Schönes verpacktes. Das machen wir einfach mal eben auf. Eine Thermoskanne. Ui. Ich hoffe, man sieht es an dem Maßen. Ich hoffe, ich kann euch das so einigermaßen näher bringen, das Ganze hier. Mega praktisch. Obwohl ist das eine Thermoskanne, nennt man das schon. Thermoskanne. Und das ist einfach nur ein größerer Becher. Zack, einfach alles reinfüllen, aufmachen, trinken, zumachen, fertig, hinstellen und dann nächstes Mal weiter trinken. Mega geil. Als nächstes haben wir hier ein, hm, was schick ist im Anziehen. Auch nicht schlecht. Und ich habe mir gerade schon folgende Sache überlegt. Und zwar, alles was ich jetzt hier irgendwie anziehen kann oder aufsetzen kann, ich weiß nicht, was noch alles mögliche kommt. Das werde ich jetzt nach und nach einfach mal mit in meine nächsten Instagram-Bilder verbauen. Und für die, die natürlich jetzt dieses Video hier geguckt haben und ganz aufmerksam sind, die schreiben dann einfach mal unter das Bild, Hashtag, ich habe das Video zur Freebiebox geschaut. Das heißt, dann weiß ich ganz genau, dass ihr die Produkte entdeckt habt, die ich jetzt hier einmal gezeigt habe, die ich dann irgendwie auf dem Bild trage. Das wird auch auf jeden Fall mal interessant zu wissen, wer also dieses Video geguckt hat und gleichzeitig sich auf meinem Instagram-Account verirrt. Deswegen einfach mal reinschreiben, Hashtag, ich habe dein Video zur Freebiebox gesehen. Und dann weiß ich Bescheid, dass ihr das entdeckt habt, dass ich es einfach auf diesem Bild trage, was ich euch jetzt hier vorgestellt habe. Das machen wir einfach mal, so eine kleine Challenge irgendwie dazu. Das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen nach und nach machen. Also seid auf jeden Fall aufmerksam. Greifen wir direkt zum nächsten Produkt. Und da sind wir nämlich schon beim Thema. Das ist eine kleine Umhängetasche, wo man so ein paar Kleinigkeiten reinziehen kann. Einfach in Neongelb. Und was steht da drauf? Hier ist die Freizeit. Und TicketOnline.at Das Ganze kommt übrigens aus Österreich. Das heißt, diese ganze Freebiebox, diese ganze GmbH kommt aus Österreich. Und deswegen wundert euch nicht, warum da .at steht um nicht .de, weil das eigentlich aus Österreich kommt. Das ist also übrigens auch wieder ein Produkt, was vielleicht mal neben dem ein oder anderen Bild vorkommen kann. Was ihr also wieder finden müsst. Deswegen immer schön aufmerksam bleiben und dann einfach wieder reinschreiben. Hashtag, ich habe dein Video zur Freebiebox gesehen. Irgendwas. Und damit ich weiß, dass ihr es gesehen habt und vielleicht überlege ich mir dann wie eine Kleinigkeit, um euch da wieder was für zurückzugeben. Kommen wir zum nächsten Produkt, denn das ist einfach mal ein bisschen größer. Und das Ganze gibt es nämlich gleich zweimal. Und zwar sind es nämlich Gummistiefel für das heftigste, schlechteste Regenwetter, Schlammwetter, was auch immer. Das erinnert mich gerade an eine Sache von vor ein paar Tagen, wo ich kräftig meine Schuhe mit versaut habe. Dazu kommen wir aber irgendwann mal später. Alter, wenn ich mir erst in dieser Challenge gerade überlege, dass ich einfach mal alles trage, so nach und nach an den Bildern, dann muss ich mich ja auch irgendwann mal mit Gummistiefeln hinstellen. Das wird übelwitzig. Kommen wir zum nächsten kleinen nützlichen Produkt und das ist halt einfach ein Notizblock. Aber ich meine, das sind so Sachen, die braucht man wirklich im Alltag. Notizblock allein schon bei mir auf der Arbeit. Wie da die Zettel weggehen, das geht übel schnell. Und auch hier braucht man immer irgendwas zum Schreiben. Man denkt so, ah, gerade kein Handy zur Hand oder gerade kein Bock ist, irgendwie online in Notizen zu verstecken. Einfach aufschreiben, irgendwo rankleben, fertig und schon vergisst man sich mehr. Deswegen ist ein Notizblock natürlich nie verkehrt. Den stellen wir uns auch mal direkt hier mit hin. Das nächste ist halt einfach ein 8 Euro Neukundengutschein. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich hoffe, ihr seht, was da draufsteht. Von myjam.at. We love Burger and You. Wie gesagt, 8 Euro www.mjam.at gehen oder kostenlos am Downloaden. Zweitens, das Lieblingsgericht auswählen und das Essen bequem liefern lassen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das funktioniert. Das hier in Deutschland ist das so einfach. Kann man die dort einfach einlösen. Das ist ja auch eine österreichische Geschichte, denke ich mal, wie ich das sehe. Ich glaube, das sind ja auch in Deutschland vertreten. Ich kenne es nämlich gerade nicht deswegen. Aber mega witzig. Auf jeden Fall, danke schön dafür. Ab eure Gutschein für einen geilen Burger. Warum nicht? Ich meine, sowieso, man kennt mich ja. Ich esse irgendwie gerne Burger. Deswegen, es passt natürlich perfekt. Werde ich auf jeden Fall definitiv ausprobieren und euch natürlich auch von berichten. Nicht nur, wie das Essen schmeckt, sondern auch, wie das Service funktioniert. Deswegen, mega geil. 8 Euro. Dankeschön. Bezüglich dazu haben wir hier nochmal so einen kleinen Sticker, sage ich jetzt mal, mit Say Extra Cheese. Das ist übrigens, wie nennt man diese... Ah, die haben diese Dinger mit bestimmten Namen, die man einfach so an das Handy machen kann. Zack, die man so ein bisschen ausfahren kann, die man an das Handy machen kann und dann kann man das Handy so halten. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich komme gerade noch nicht auf den Namen. Aber auch mega praktisch. Ich meine, die Dinger sind normalerweise gar nicht so billig. Und die, wenn man eben in so einer Box zu haben, ist eigentlich mega praktisch. Deswegen, mega witzige Idee. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Ich habe gerade schon mal reingeduscht. Das Ding ist fast leer. Und das Letzte, was dort drin ist, ist halt einfach noch ein kleiner Riegel mit irgendwie allem möglichen Feinsugar, only 2 Gramm, also nur 2 Gramm Zucker mit drin. Da kommen auch die Leute auf ihre Kosten, die gar nicht viel Süßes essen dürfen oder essen sollen. Also quasi ein kleiner Müsli-Riegel, wie man ihn kennt. Ich denke mal, der schmeckt bestimmt ganz nice. Deswegen werde ich mir ihn auch mal gleich noch gönnen. Und das war es sozusagen, was jetzt hier in dieser Box war. Ich nehme euch mal kurz von meiner Alexa runter. So sieht das Ganze nämlich jetzt hier aus. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen nebenbei hingestellt. Einfach mal so kurz eben so ein bisschen auf ein Haufen. Das werde ich mir gerne nochmal anders hinstellen. Beziehungsweise dann wieder mal kurz einpacken oder hier hinstellen. Das war es sozusagen jetzt hier mit dieser Freebie-Box. Guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist nämlich noch ein Link zu dem ganzen Thema. Unterstützt das Ganze. Wenn ihr Bock habt auf so eine Freebie-Box, wo ihr auch mal gerne Produkte haben möchtet, die man auch gut in dem Alltag benötigen kann, dann schau dir auf jeden Fall mal unten in dem Link in der Videobeschreibung vorbei. Lasst mal schöne Grüße da. Und dann würde ich sagen, Dankeschön auf jeden Fall für diese Box. Auch dieses Video wurde natürlich jetzt unterstützt von der Freebie-Box. Deswegen auch diese kleine Einblendung in der Ecke. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. Vor allen Dingen, was da alles drin ist, mega witzig. Ich meine, guckt euch das an. Das sind alles Sachen, die man echt gut gebrauchen kann. Vor allen Dingen sowas oder auch sowas. Deswegen schaut auf jeden Fall bei meinem Instagram-Account vorbei. Ich werde jetzt irgendwann mal plötzlich Bilder mit diesen Sachen hochladen. Deswegen immer alles schön im Blick behalten. Und dann seid ihr definitiv an der richtigen Stelle. Ciao.